Als Solarium Augusti oder Horologium Augusti wird ein großes astronomisches Messinstrument mit einer Kugel auf einem etwa 30 Meter hohen Obelisken als Schattenwerfer bezeichnet, das auf dem Marsfeld in Rom unter Kaiser Augustus errichtet wurde. Es gilt als unvergleichlich großes Meridian-Instrument, als das es bereits der Zeitzeuge Plinius beschrieben hatte. Das vom Deutschen Archäologischen Institut freigelegte Stück Meridian-Linie liegt etwa 1,6 Metern über dem ursprünglichen Niveau des Marsfeldes. Man nimmt an, dass das zerstörte augustäische Instrument zur Zeit des Kaisers Dormitian auf dem durch Überschwemmungen des Tibers verursachten jetzt höher gelegenen Marsfeld wieder errichtet wurde. Die Anlage bildete vermutlich mit dem Augustus-Mausoleum, den dazugehörigen Parkanlagen und der Ara-Persis eine bauliche Einheit und war eines der wichtigsten politischen Zeichen der Macht des Kaisers. Augustus Nach Untersuchungen durch das Deutsche Archäologische Institut, die zwischen 1970 und 1981 stattfanden und von aufwendigen Ausgrabungen begleitet waren, wurde diese Anlage als eine extrem große Sonnenuhr gedeutet. Diese Deutung wird heute nicht mehr aufrechterhalten. Das Meridian-Instrument des Kaisers Augustus Ein Obelisk aus Heliopolis in Ägypten, den Augustus im Jahr 10 v. CHR Aufstellen ließ, diente als etwa 30 Meter hoher Gnomon. Seine Ergänzung mit einem ebenfalls großen Ebenenzifferblatt zu einer Sonnenuhr wurde aber nicht nachgewiesen. Ausgegraben wurde ein etwa 6,6 Meter langes Stück einer skalierten Meridian-Linie, wonach das Solarium Augusti heute als ein mit der Sonne funktionierendes Meridian-Instrument angesehen wird. Der Fundort liegt etwa 1,6 Metern über dem Niveau des Marsfeldes zur Zeit von Augustus. Es wird einer Erneuerung des ursprünglichen, von Plinius beschriebenen Meridian-Instruments zugeschrieben, die etwa zur Zeit von Kaiser Domitian erfolgte. Der in fünf Teile zerbrochene Obelisk und sein ursprünglicher Sockel wurden 1748 ausgegraben. Etwa 40 Jahre später wurde er wieder zusammengesetzt, mit einer neuen Kugel begrünt und 1792 samt Sockel an seinem heutigen Standort. Etwa 250 Meter südlicher vor dem italienischen Parlament auf der Piazza di Monte Cittorio aufgestellt. Der Kernschatten einer originalen, ähnlich großen und gleich hoch platzierten Kugel als Nodus reicht etwa 80 Meter weit. Der auf der zugehörenden Meridian-Linie abzulesende Mittagsschatten dieser Kugel ist zur Wintersonnenwende in Rom etwa 65 Meter vom Obelisk entfernt. Die Meridian-Linie ist als Brosse-Linie in die Bodenplatten eingelegt und hat zwischen den beiden Sonnwindpunkten eine Länge von etwa 55 Meter. Quer zur Meridian-Linie sind aus Brosse längere Markierungen als Trennlinien zwischen den Tierkreiszeichen und kürzere für die 30 Grad Einteilung der Tierkreiszeichen angebracht. Der Schatten der Kugel zeigte also den Ort der Sonne im Tierkreis. Der bis heute freigelegte Abschnitt der Meridian-Linie hat eine Länge von 6,60 Meter, unterteilt durch 27 kurze Querlinien zur Gradeinteilung und 1 lange Querlinie als Trennung zwischen benachbarten Zeichen. Sie ist längs der Meridian-Linie mit den griechischen Namen der Zeichen beschriftet. Auf der Westseite reicht sie von 19 Grad Kri-OS bis 16 Grad TAU-R-OS, auf der Ostseite symmetrisch dazu von 14 Grad Leon bis 11 Grad P-A-R-T-H-E-N-O-S. Die Gratabstände nehmen von Süden nach Norden zu von 19 cm auf 30 cm. Daraus kann man berechnen, dass sich die schattenwerfende Kugel, die den Obelisten bekrönte, etwa 17,7 Meter südlich der Trennlinie Löwe-Jungfrau in einer Höhe von ca. 30 bis 31 Meter befunden haben muss. Tierkreiszeichens Jungfrau An der langen Trennlinie Löwe-Jungfrau befindet sich die griechische Inschrift T-T-E-S-I-A-I-P-A-U-O-N-T-A-I, die Äthesien hören auf. Mit Äthesien wurden Winde bezeichnet, die sehr regelmäßig jedes Jahr im Sommer auftraten. Bei der Marke 15 Grad Stier befindet sich die Inschrift T-H-E-R-O-S-Arche, Sommeranfang. Nach antikem Brauch begann der Sommer nicht mit der Sommersonnenwende, sondern diese bildete die Mitte des Sommers. Der Sommer ging also von 15 Grad Stier bis 15 Grad Löwe. Außer diesem unter dem Anwesen Via del Campo Matzio 48 freigelegten Fragment wurden weitere Teile bei Ausgrabungen unter der Kirche San Lorenzo in Lugina gefunden. Der ursprüngliche Aufstellung Sorte Ara Percis Auguste war dem Solarium zugeordnet. Auf dem Gelände östlich davon, zwischen Via in Lugina und Via del Corso, dort wo heute der Palazzo Fiano a Magia steht. Der Obelisk des Meridian-Instruments. Der etwa 22 Meter lange Obelisk besteht aus Rosengranit und stammt aus den Steinbrüchen von Aswan in Oberägypten. Pharaops Ametik II, ließ ihn um 595 v. chr. in Heliopolis anlässlich des ersten Jahrestages seiner Thronbesteigung errichten. Die Römer transportierten ihn 10 v. chr. nach Rom, um ihn als Gnomon auf den Marsfeld aufzustellen. Er erhielt ein Fundament und einen beinahe 5 Meter hohen Sockel. Mit einer den Kaiser Augustus erinnenden und dem römischen Sonnengott Zeugeweihten in Schrift. Zusammen mit der als Nodus dienenden Kugel wurden etwa 30 Meter Höhe erreicht. Die antike Weihe in Schrift lautet, die Grabungen durch das Deutsche Archäologische Institut. Die anfängliche Deutung als Sonnenohr konnte nicht nur aus physikalischen Gründen nicht aufrechterhalten werden. Es zeigten sich auch erhebliche Mängel beim Umgang mit alten Texten. Es gab seit langem Spekulationen für eine Sonnenuhr, aber auch frühe Hinweise auf die ledigliche Existenz eines Meridian-Instruments. Die neuerliche Deutung als Sonnenuhr wurde dennoch populär. Was durch die nicht alltäglichen erfolgreichen Grabungen bis 8 Meter unter das heutige Niveau begünstigt wurde. Man grubb von einem kleinen Kellerboden aus etwa 6 Meter in die Tiefe. Das heißt bis weit unter die Fundamente der Mauern eines mehrstöckigen Altenhauses in der dicht bebauten heutigen Innenstadt Roms. Davon existieren eindrückliche Bilder.